Moin moin, ihr bärtigen Ladies und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren seriösen Folge von Ghost in the Shell First Assault Online zusammen mit dem einzig wahren Baron, der eine Drohne losschickt, genauso wie ich, um zu gucken, was dann passiert und ob dann Köpfe platzen. Also bei mir war es ohne Erfolg. Und wir sind wieder im Team Deathmatch auf einer Dreckskarte mit ganz viel Granatenshit. Hat man jetzt gerade schon gesehen. Und Angst und ich verkrieche mich in die Ecke und habe einen Granatenkill gemacht. Ich bin so gut. Weil du halt auch so ein Spammer bist. Ja. So ein Granatenspermer. Schwermer. 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 Haha, no score, bitch. Entschuldigung. Doppelkille. Ich möchte mich für dieses Lied entschuldigen. Oh, Albrecht, Albrecht. Hast du, wir singen ja nicht. Nein, wir singen nicht. Hat dich schon wieder ganz vergessen. Wir sind nicht die drei dicken Männer auf Boot. Auch wenn der Tag noch an war. Ja, auch dann. Du bist vor mir, du Sack. In der Liste. Da siehst du mal, was es bringt, besser zu sein als ich. Den Tod. Den Tod. Nur so werde ich erfolgreich. Die mich alle anderen umbringen, die besser sind. Ah. Erstmal ein Schlückchen getrunken. Ja, Bito-Esel. Bito-Esel? Der Bito-Esel. Bito-Bee-Esel. Bito-Bee-Esel. To-Bee-Esel? Hast du eine Drohne? Nee. Ich schon. Und zwar genau jetzt. Schöner Kill. Und da haben sich auch zwei Drohnen erhoben. Uh, du erklimmst die Top-List, mein Freund. Ja, ich sterbe schon wieder. Ich lass auch mal eine Drohne raus. Ich lass nur einen, eine fahren. Lass mal so richtig schöne Drohne abseilen. Doppel-Kill. Ja, das mit den Drohnen wird scheinbar gerade unmittelbar. Relativ beliebt, ne? Könnten wir so den Eindruck gewinnen. Alter, ich treffe halt auf nichts. Hm. Boah, ich könnte jetzt auch mal wieder so einen Kill vertragen. Ja? Sollst du dir mal wieder den Kopf schießen, oder was? Ja, ja. Habe ich schon länger nicht mehr. Was geht denn mit dir? Lol. Hä? Was? Hat der Stand irgendwie, hatte so einen Freeze, stand da. Hat wix gemacht. Ist nicht gestorben. Und dann stand er plötzlich zwei Meter weiter weg. Und hat mich umgebracht. Oh, Granate. Nicht gut. Da hinten stehen schon wieder Sniper rum. Zwei Stück. Die sollen sich verficken. Ja. Schmeißt Granate, bist du tot. So geht das Spiel. Was lernst du da raus? Schmeißt du nix Granate. War ich hier oben schon mal? Esptoro. Achso, ja. Von der Seite bin ich glaube ich noch nie in die Position hin. Ich verstehe die Map nicht. Es ist nicht das Einzige. Was? Ja, ich bin manchmal ein bisschen dumm. Und unskillig. Probieren wir es mal wieder mit der MP5. Yeah, und hier geht mein Drone wieder. Und hier. Und irgendeiner hat sich kaputt ge- Nee, doch. Ein Kill. Ja. Ein Kill. Ein Kill mit der Sucher Drohne. Ein Kill mit der Sucher Drohne. Ein Kill. Ein Kill. Aber wie singen wir eigentlich nicht? Ja, richtig. Bin ich nicht okay von dir. Jetzt wollte ich unseren Sucher Drohnen Kills aussprechen. Und ich bin wieder auf Platz 1. Mahaha. Sexueller Belästigung. Spanda. Was haben wir das Übersingen gesagt? Achso. Das war ja eher ein Jingle anstimmen. Achso. Anstimmen ist in Ordnung. Anstimmen ist immer in Ordnung. Anstimmen. Wer sich das Wort ausgedacht hat, ist eigentlich nicht behindert gewesen. Anstimmen. Ey, lass mich dich anstimmen, du geile Sau. Ist bestimmt strafbar. Mhm. Aber du musst erst mal abstimmeln. Ah, fällst du wohl um ey. Sack. Kopfschuss. Ich habe jetzt zwar voll auf dem Torso geschossen, aber den Kopfschuss nehme ich auch nicht. Habe ich kein Problem. Kopfschuss? Vorsicht Drohne kommt. Ich höre bei mir übrigens auch. Äh, wo ist die jetzt? Ach, die läuft schon rum. Ne, ich habe die Drohnen überlebt. Äh, ich nicht. Zehn, zehn. Na, Baby. Da kommt noch eine Drohne. Was jetzt? Oh, da kommt zwei. Die Drohne habe ich nicht überlebt. Ich glaube immer, dem einen seine Waffe hier und schau, ob die was taucht. Ist doch auch nisgar, oder? Ist nur ein anderes Visier. Äh, was war das? Das war schlecht. Äh, bei mir auch. Ist voll geil, wie die die Arme so wegfliegen, wenn du sie erschießt, ey. Ja. Diese Roboter-Chassis. Chassis? Oho. Monsieur. Wie der Franzose sagen würde. Yuppie surft. Mai, was kannst denn du eigentlich? Muss ich erst kümmern, damit du die Drohnen hier verledigst. Ja. Ah, Grenade! Wo ist die Grenade? Aber trotzdem liegen wir gut weit hinten. Voll? Ja, toll. Äh... Ehh. 1500. Ja, ich bin auch gestorben. Äh... Insorische Abschaltung. Sensorische Abschaltung. Sensorische... noch nicht da geht noch was das ist nicht schränkt euch mal ein bisschen mehr an die bag so doppelkehle also langsam ich sage jetzt nix für mich beschissen langsam sagst du nix wie es hier läuft finde ich echt scheiße könnte noch viel besser laufen ich sage nie mehr dass es gut läuft endlich ja das ist also tut es auch gerade nicht ja es läuft bei mir läuft es gerade super bei mir läuft es gerade mega beschissen ultra beschissen ja bei mir läuft es so super ich glaube ich habe jetzt schon die letzten fünf mal die ich gestorben bin keinen einzigen kill gesetzt gut läuft das ja ich treffe einfach gerade irgendwie nix mehr mit der ak der jabito esl ah fuck jetzt habe ich auch noch 200 punkte geschenkt weil er mich mit seiner drecksdrohne umregt naja es ist ja gleich vorbei es ist schon naja wir dürfen ja nicht die schweine drohnen mistkäfer erregt doch hundling hundling noch zwei tote das werde ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr erleben hin das kriege ich hin da so wie das wie ich habe doch gesagt das kriege ich hin diese schweine die haben mich getötet ja ich bin wieder nummer eins bitch und außerdem habe ich jetzt einen versauten witz mit tieren animalisch richtig es geht um große wassertiere es geht um ein kamel und einen elefanten sagt sagt es sagt der elefant zum kamel sagt er warum hast du zwei tippen auf dem rücken zwei zitzis genau dann sagt das kamel alter wenn ich einen schwanz in der fresse hätte mich mein maul halten und geht ja ich bin der perfekte witze erzähler ihr merkt schon total total dass sich und so voll gut rübergebracht dafür habe ich 17 kills und 6 assists ja also schnauze halten 6 6 6 6 6 6 assistenten egal wir sehen uns in der nächsten folge haut rein vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs erdulden wohl eher ertragen